Hallo zusammen, hier ist wieder der Heutschler und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guard präsentieren. Heute wollen wir uns mal die Toys anschauen, die es bei der Fraktion Prachtmeer Admiralität gibt. Und dazu braucht ihr einen Ruf, der zumindest den ehrfürchtigen, nee, den respektvollen Ruf bedarf. Das Mount kriegt ihr bei ehrfürchtig, die Toys kriegt ihr schon ab respektvoll, da müsst ihr gar nicht so viel tun. Und zwar sind wir hier einmal auf den Koordinaten 67, 21 in Boralos und da haben wir unsere Händlerin. Und die verkauft uns zwei Toys und zwar haben wir einmal hier ein verfluchtes Fernglas, das kaufen wir uns jetzt mal. Und das zweite, was wir haben, ist Gnoll-Zielfass und das kaufen wir uns ebenfalls. Und diese beiden Toys kriegt ihr, wie gesagt, beim respektvollen Ruf. Den macht ihr am besten über die Emissary-Bags, über die Ruf-Missionen hier hoch oder ihr questet ganz normal einfach im Theragadesund. Das müsste eigentlich auch schon ausreichen, um den respektvollen Ruf hochzubekommen. So, ich würde sagen, wir lernen jetzt einmal das Gnoll-Fass und hier das Fernglas. Und schauen uns die Dinger gleich mal an, die wir bekommen haben. Und zwar das Fernglas. Das ist einmal hier. Wenn wir das nämlich einsetzen, dann können wir in die Ferne schauen und sehen, was die räudige Bande im Schilde führt. Und ich würde sagen, wir machen das mal. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man damit schauen kann. Oder... Ah, das ist gar nicht so schlecht. Also dahinter, zu dem Berg, den wir vorher kaum gesehen haben, sehen wir jetzt relativ gut. Ach ja, das kann sogar vielleicht mal von Nutzen sein, wenn man irgendwelche Mobs kämmt, Rares, die weit auseinanderstehen und man gucken will, ob Mobs da sind. Es hat 15 Minuten Abklingzeit, hält 5 Minuten. Ja, ist jetzt nicht so schlecht. Wenn ich jetzt mal das wegklicke und schaue... Also wir sind schon relativ weit weg hiervon. Da kann das Fernglas tatsächlich mal helfen. Die meisten Toys sind ja leider nicht von Nutzen. Das kann zumindest in einem gewissen Umfang von Nutzen sein. Und das zweite, was wir haben, ist dieses Gnoll-Zielfass. Gnoll-Zielfass und zwar soll das anscheinend eine Zielertrappe sein und wir benutzen es einfach mal und stellen das mal hier hin. Und wir haben hier einen Gnoll auf einem Fass, der 123 ist und den greifen wir jetzt mal an hier. Also den kann man wirklich angreifen. Ob man das Ding in Instanzen stellen kann, müsste ich mal ausprobieren, um vielleicht irgendwelche Prox zu triggern. Es gibt ja Leute, die Multidotten und kriegen dann irgendwelche Effekte davon und solche Sachen, machen dann mehr als Schaden aufs Main-Target. Ich nehme mal an, Blizzard hat das rausgenommen. Ich habe da auch schon verschiedene Videos gesehen. Damals ein Nux, wo sich ein Rogue mit so einer Made immer irgendwie weggestappt hat und so. Aber da kann man solche Sachen ganz lustig nutzen. Ich vermute, dass es nicht funktionieren wird. Aber ja, wenn man eine Zielertrappe, eine mobile braucht, dann kann das hier eine ganz schicke Angelegenheit sein. Die kann man anscheinend überall stellen. Und was hat die an Abklingzeit? Eine halbe Stunde hält, keine Ahnung wie lang. Auf jeden Fall wahrscheinlich... Ah, fünf Minuten. Ah, fünf Minuten hält. Steht sogar im Text. Und ja, das sind die beiden Sachen. Das Ding finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Das Fernglas ist sogar einigermaßen nützlich. Also wenn man es in Toy-Maßstäben sieht. Und ja, das war es mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.